Trotz Daniela Katzenbergers früherer Entscheidung, sich gegen ein zweites Kind zu stellen, scheint ihr Traum nun doch wahr zu werden. Denn das Thema Adoption hat ihr Interesse geweckt. Sobald sie den Wunsch nach einem Geschwisterchen für ihre Tochter Sophia geäußert hatte, hörten die Fragen und Spekulationen nicht mehr auf. Lange Zeit litt die berühmte Katze unter dem Druck, erneut schwanger zu werden. Aber sie hatte das Thema schließlich abgeschlossen. Nun könnte sich ihre kleine Familie jedoch auf andere Weise vergrößern, indem sie ein verlassenes Kind adoptiert. Eine Adoption wäre für Daniela ein schöner Neuanfang, insbesondere nach den turbulenten Zeiten im Katzenberger Clan. Das Thema Adoption berührt Daniela auf besondere Weise, und sie bewundert Frauen wie Hollywood-Star Angelina Jolie, die adoptieren, um zu helfen, nicht um ihr Image zu verbessern. Auch Daniela könnte sich vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Sie ist für ihre Tochter Sophia bereits eine starke Löwen-Mama. Und es ist gut möglich, dass sie sich in Zukunft genauso stark für ein adoptiertes Kind einsetzt. Sie sagt, es ist auf jeden Fall eine tolle Option, weil man Kindern hilft, die sonst vielleicht ohne Familie aufwachsen. Punkt. Steht also eine Adoption nur eine Frage der Zeit bevor? Daniela Katzenberger antwortet, ich stehe dem Thema offen gegenüber. Ein Geschwisterchen für Sophia wäre schön und könnte möglicherweise auch Frieden in den momentan zerrütteten Katzenberger Clan bringen. Auf diese Weise könnte sich der Traum von weiterem Nachwuchs für Daniela doch noch erfüllen. Trotz der bereits durchgeführten Schönheitseingriffe in ihrer Familie haben Daniela und ihre Liebsten offenbar noch Platz in ihren Herzen, um einem Kind, das Hilfe und Liebe braucht, ein Zuhause zu geben.